Heute stelle ich euch Frau Gelhau vor. Laura ist eine Autorin, Bloggerin und Coach aus Berlin. Ihre Instagram-Stories genial, ihre Artikel faszinierend zum Lesen, ihre Bücher lustig, realistisch, beeindruckend. Sollte jemals in Deutschland Sex and the City verfilmt werden, Laura wäre wie ihr Altbesetzung als Karen Bradshaw. Für mich bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen als Volk dieser Frau taucht ein in die Welt der Laura Gelhau. Denn reinschauen lohnt sich.